Hey Leute, ich bin gerade auf dem Weg nach Dortmund zur Deutschland-Premiere des Films Le Mans 66. Und ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich habe gehört, es kommen viele von euch. Und ich hoffe, wir haben einen tollen Abend. Also, bis gleich. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir mit einem lauten Applaus René Rast. Ich hatte die große Ehre für Audi in Le Mans zu fahren, damals 2015, mit einem R18 LMP1 Auto. Damals noch mit knapp 360 die gerade runter, das war was ganz, ganz Besonderes. Richtig geflasht, ein richtig geiler Film. Das spiegelt so ein bisschen unsere Motorsport-Welt wieder und hat mich so ein bisschen an meine Le Mans-Zeit zurückgeinnert. Es waren viele Szenen, die ich natürlich auch schon durchlebt habe, von denen wir eine richtig geiler Film haben.